Gut! Lass es nicht schmecken! Lass es nicht schmecken! Das ist ja ein Neumarkter! Neumarkt! Ich liebe Nürnberg! Nein, 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 nein! Weit weg! Weit weg! Neumarkt ist noch ein Uferkreuz! Richtig! Ach, ich hatte einmal die Felser zum Kölf, weil Dänemark ausgefallen ist! Ja, ja! Nein, nein, nein! Und jetzt? Ja, was ist denn drin? Ja, du musst das auspacken! Voll krass, Alter! Und unten, wenn es dir nicht gefällt, da unten steht es, aber eigentlich selber, gell? Oh! Sauer! Oh, la, la, la! Schon wieder ein Tüchsenöffner! Den brauchen wir meiner Frau nicht! Der Bratzerkrankstein! Du hattest Angst davor, gell? Das ist ja freiwillig! Schiene aus der Bordel, da! Schien! Alte, Wutz, alte! Du musst ein heißes Nachts mit den Bär auszuwachen! Wenn der so Sprichdrehen kann, kannst du immer! Oh, Mann! Wie sollst du das zugemacht? Weil ich der Suche haben, so am Tag da haben! Ja, 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 ja! Das ist ja auch ein Schmack von dem Kremeszeug, der Finger da drübergeben muss! Hä, lecker! Aber du, das Ding weg! Den ist der Frau die Flasche noch erwischt! Na, nein, das wurscht ja, dass du einig bist! Na, nein, das wurscht! Komm! Schreit gerne! Ja! Achtung! Ich mach' ein Gefrüß! Okay! Na, das muss ich machen! Ein Zehntner Gefrüß! Ja! Komischer Vogel, blindes Huhn! Huhnig Gunde, falscher Hase, Gockel! Da muss ich bei irgendeinem Schwenner, die hat die auszutauschen. Na, deine, die waschen, oder? Na, die hat auch die Natur mehr. Ich bin nicht durchgeknallt, das ist die Folge, danke schön. Das ist die Bilder im Forum, du Kleiner.